Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario Kart 8 mit einem aus dem Team Peatsmeet und DaluKart. Ich dachte, Christian wäre der einzige, auf den wir gewartet hätten, deswegen dachte ich, dann können wir starten. Wir waren noch am Auto zusammenbauen. Ah lol, bist du da drin? Ja, du stehst auch schon die ganze Zeit hier drin, auch während du ein Auto auswählst. Ja, du hast recht. Haben wir jetzt mit Teams oder haben wir ohne Teams? Das ist die Überraschung, Peter. Das ist jetzt die Überraschung. Wir haben auch immer dieselben Kack-Maps da in dem Pool. Immer diese scheiß Vario-Strecke haben wir schon tausendmal gefahren, dann diesen Chi-Chi-Strand auch. Ja, und Peter fährt immer nur dieselben. Ey, Leute, jetzt mal ganz entspannt. Ey, Vario-Strecke sind wir schon dreimal gefahren, Peter. Heute? Zwei Mal? Zwei Mal. Vier Mal, glaube ich, heute. Ja, zwei Mal ist aber mehr als kein Mal. Wir sind auch noch zwei Mal gefahren. Aber mir gefällt die Strecke, ja? Und das ist jetzt nicht so, als wenn wir die jede Folge fahren würden. Wir haben ja heute auch schon sechs Folgen oder so aufgenommen. Ja, ja, ja. Oh, Sepp hat keine Lust. Warte mal im Frühstart. Okay, das ist ja... Hä, bei mir bist du gar nicht explodiert. Wie war ich denn jetzt in deinem Team? Peter und mir. Wer ist blau, wer ist erster? Ich bin blau, erster. Und weiter. Okay, Sepp Bram. Und wenn wär's bei mir im Team wär's rot? Sepp und Bram sind bei dir im Team. Okay, cool. Sehr gut, Bram. Ja, du musst auf mich. Du bist ja ne Gabi. Schießen? Ja. Leul, die sammeln vorbei, die Rote. Rot ist 1, 2, 3. Ja, die Rote hat mich leider erwischt. Ich bin schon frech. Wo kommen die denn her? Von, dran, in der Luft. Ich mein, ich hab das neben dir. Oh no, Reifen! Oh! Da, du, ich hab... Grün... Äh, blaue hier anstarten. Ne, grüne mag ich natürlich. Ja, jetzt sind die Ganoven hier. Ja, hat mich schon erwischt. Oh ne, da du... Ganova 1. Der ist zweiter Christian nur zur Info, ne? Okay. Ich fahre vorbei, Peter, ich hab nen Stern. Ja, von wo fährst du? Oh shit. Habe ich dich nicht gerammt? Ne, hast mich nicht gerammt. Bei mir bist du voll weggeflogen. Ach, die Banane hat mich voll erwischt. Sehr schön. Geil, einzelne Pilze. Ne, jetzt bin ich mal sechster. Gib mir jetzt mal was raketenmäßig. Münzen. Oh no, ich hab mich ver... Oh nein. Ja, du bist aber auch erster. Du ey, Christian. Ja, man kann aber als erster auch nen Pilz kriegen oder so. Fahr! Der war schön, Dalu. Ja, Mann! Wer hat mich mit der Rakete gerammt? Ja, da kann ich ja nix für. Peter, du kannst die lenken. Ja, hab ich gemacht von dir weg. Schön, der war schön. Die Rakete... Die Bombe war aber ganz schön Risiko, ey. Die war für dich. Von mir. Holy shit. Die hat er, Christian glaub ich, getroffen. Äh, hat sie nicht. Bei mir ist er halt... Weil die näher an Christian ran. Ja, hat die Bombe nicht, Jay, geschmissen? Ne, das war ich. Ich glaub, die hat auch Christian getroffen. Die hat Dalu selbst erwischt. Ich wollte sie eigentlich nach hinten werfen. Hat die nicht getroffen, Christian? Ne, ne? Ne, die hat meine... Die hat meine Banane weggemacht. Ich hab irgendwie nicht ganz verstanden, wie die die Banane wegmachen kann, aber mich nicht trafen. Das war aber dann ganz schön knapp, ey. Dalu, spielt auch auf Sieg, hohe Einsätze hier. Ich hab mir gedacht, wenn ich Jay nur treffe, kann ich ihn überholen. Mit der Rakete tut mir leid Dalu, aber nächstes Mal kannst du mich ein bisschen besser anstrengen. Du kannst doch mal sagen, ich fahr rechts oder so, dann wär ich links gefahren. Ja, das war alles Chaos in dem Moment. Das war alles panisch. Aber ja, kann ich. War auch noch nicht gefahren. Hat auch guten Grund, ey. Ja, die finde ich nicht schlecht. Ey, ist so geil, Alter. Das ist voll random, welche der mag und welche nicht, finde ich. Ja, ich glaub, das wechselte einfach in jeder Aufnahme. Zu dieser Web hat noch nie einer gesagt, boah, ist hier aber geil. Nee. Ja, aber die ist halt okay. Oh, nein. Ach, Dinge, die wie gesagt wurden. Nee, Mario, gar nicht. Boah, Peter, die hängen zwei so richtig hart am Hintergrund. Ich hab Münzen als Fünfter gekriegt. Ja, komm schon, ey. Das ist halt Team, ne? Ist rigged. Oh, ne. Oh, als Sechster ein Gummerang. Oh, das geht noch weiter. Oh, das war nicht so gut. Also momentan ist noch alles gut, aber das war die erste Runde. Oh, wer ist denn da direkt neben dir? Oh, das war mal knapp. Dalu. Oh, Dalu, Junge. Was, das war knapp, ey. Mehr nicht. Oh. Das war... Oh nein, Peter. Ach, du Arsch, ey. Da komm ich rein. Oh, Peter, aber du hast dich denn gedreht, du Arsch. Oh, jetzt hab ich ne blaue. Das ist jetzt natürlich ganz ungünstig. Ich hab'n P, wir können's riskieren. Wirklich? Ja, hau raus, komm. Okay, alles klar, du warst das. Dann kommst du da, ich dich schon. Oh, mein Gott. Oh, schau. Die Klasseierung ist grad richtig hart. Ja. Scheißdreck. Ach, das ist P da. Ich wollte schon schießen. Das Mario Dome ist eigentlich voll nice, muss ich sagen. Boah, da ist ne Banane. Da kommen sie alle. Sie sind alle ganz knapp dran, ey. Der war meine, aber der hat zum Glück der Grüne wieder... Ja, ich hab wieder ne Münze bekommen. Ich bin nur da falsam. Ja, du wie guter bist du grade? Ich hol noch auf jetzt. Ich hab den Pro falsch genommen. Oh, Christian hat nen Fehler gemacht. Noch 2 da. Beworden dadurch. Nice. Sehr gut, James. Wird leider nochmal weggemacht. Ich hätt ja gewonnen, wenn Peter mich nie abgeschossen hätte. Ich hätt's jetzt ein bisschen mehr anstrengen können. Warum bist du erster geworden? Peter wusste, dass ich erster bin und schießt im blauen Panzer. Das ist richtig. Weil du gesagt hast, ich soll es tun. Ich hatte mit Sepp geredet. Wann hast du das denn gesagt? Oh nein, oh nein! Was passiert? Ich hab die falsche Map genommen. Wie, du hast doch schon seit 8 Minuten gedrückt. Ja, aber ich hab vergessen, dass du bei mir jetzt im Team bist. Ich kann auch gar nicht auswählen. Ich bin doch gerade in der Diskodrom, ey. Junge, Junge, Junge. Ja, ich drück halt immer A. Dann geht's weiter. Achso. Ich finde ja nur mal krass, wie lange Sippe man braucht, um den Cheep-Cheep-Strand zu finden. Na echt mal. Den brauch ich immer voll lange zum Auswählen. Und die ist aber auch kacke. Das ist ne gute Strecke, ey. Ach, da ist auch mal ein Kunst drin, ey! Da läuft uns noch mal ein System da jetzt, wo ich noch nicht geschlagen habe. Die ist doch voll in Ordnung! Ist klar. Voll in Ordnung! Er hat so ein Gänseblümchen, was er mal zog. Ja, Gänseblümchen im Wind, ey. Hier kannst du auch noch nicht runterfallen. Voll die schicke Map. Guckt euch mal die schöne Mucke an. Hört euch das an. Hier kannst du runterfallen. Oder? Ey, oh, alter Grüne, überall. Ne, oh, Captain Jack. Wirst du runterfallen, aber schwierig. Wo willst du hier runterfallen? Am Ende, oder? Fliegt man da nicht? Dann lenkt man links raus. Oh fuck, der hat mich eine gute Rune getroffen. Ja, geil, oder? Der sitzt den Stern perfekt bei ihm. Dalu, das ist gerade ganz schlecht, dass du vor mir bist. Hol dir mal einen Platz oder so. Okay. Als ob jeder, ey. Halt's ab, Mann! Jetzt knall ich auch noch mal ab. Nee, das geht so schnell ging das nicht. Okay, ich bin jetzt auf jeden Fall safe. Alter, du kriegst ja den Arsch. Was denn? Die Rune war mega eng. Jetzt kannst du schießen. Oh, Jay hat einen Stern. Scheiße. Ey, wer schießt denn die Rune da? Oh, Mann! Das war Sepp. Jawoll. Fehler auch getroffen. Hält dein Stern immer noch, Jay? Ja, der hat eine Rakete mittlerweile. Komm, Stern in die Rakete rein. Ist doch ganz geil. Das ist echt kacke, wenn man hinter einem... Danke für die Grüne. Wie der Rollert war. Komm, wieder ran! Nein, nicht mehr! Da kommt eine Rode für mich, aber habe ich abgewehrt. Da kommt noch eine Rode für mich! Peter! Ja! Ja, du Wichser, du bist doch bei mir im Team! Ich wollte dich ins Ziel schießen. Hab ich doch auch! War doch alles in Ordnung. Du Wieser! Kleiner Schweiß! Hast du auf die Rote geschossen? Nein! Nein! Du Wieser! Was? Ich habe genau geguckt, wie weit du vom Ziel weg warst. Natürlich hast du so schnell durchgerechnet. Nein! Es war doch niemand Ticker und... Rautzybohle um dich rum und so. Rautzybohle? Das ergibt keinen Sinn. Ich musste mal Punkte fürs Team holen. So, dafür kriegst du auch die Goldmügel. Nimm die Autobahn. Also wir müssen jetzt erster, zweiter, dritter werden. Das wäre hartgeil. Nimm Babyparken. Babyparken randomness ist aber auch schwierig, wenn du erster, zweiter und dritter werden willst. Ja. Ja. Null beeinflussen. Safe. Wenn wir jetzt endlich diese Strecke haben. Wie ihr alle die wollt. Jawoll! Boah! Dieses Fisch-Ding, nein. Das Schiebschi-Strand ist auch cool. Ich hoffe immer noch auf so einen Pattern, weißt du? So cool, scheiße, scheiße, cool, scheiße, cool, cool, scheiße. Was ist das für ein Pattern? Ja, wenn sich das wiederholt, ist das ein Pattern. So. Ja, Banane, geil. Ach komm. Vielleicht treffe ich ja den sechsten. Ja, hast du auch. Mit einem Banane. Fuck. War genau hinter dir. Mr. Krabs hat uns abgeräumt. Ach komm und schon wieder Bananen, Alter. Manchmal klappt das. Ey, Seb, du musst dritter werden. Deine Mutter muss auch dritter werden. Du musst auch in die Top 3 kommen. Ja, das wär besser. Alter, was fliegt da alle? Loppen, 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 loppen. Ja, witzig. Leispeder, Leispeder Ey Dalu, wie war das nochmal mit Dritter werden müssen? Du bist ja noch nicht so fast ein Schicksal, ich bin nicht mehr Dritter Doch bist du auch nicht im Ziel Alter, ich habe eine Rakete ohne Rode abgekriegt Wie kann das denn sein? Du bist doch letzte in der Zeit gewesen Nein, ich war gerade Dritter, du Schlaberspacko ey Ja, dann wird wieder Dritter Kannst du mal aufhören, blöde rumzulabern, weißt du? Kannst du einfach mal Dritter werden? Ja, ich nicht Ja, das hast du gut gemacht Und jetzt, Trey Oh nein, jetzt hat Bram mich weggemacht Oh, jetzt kriege ich Rote ab, oh lol Ich habe Christian noch getroffen Sepp hat eine Rakete und Bram Stern Das ist doch hier wieder geriggt alles Gib mir doch immer so ein BOOM Ja, der Akkupeller BOOM Ja, du hast mich getreut, du bist mich letzter, vom zweiten Nice, Pella Ich habe nur Bram gesehen Ja, solange Bram fünft, dann bleibst du alles cool Oh, einen Tittenfisch abflapfen Oh nein, ich sehe nichts mehr Oh nein, ich sehe nichts mehr Hier, Dritter Oh, jetzt haben wir mich abgeschossen Mann, ey Du warst der Letzte Nein, da kann ich nicht mehr sein Alles cool Oh, ihr legst mich doch am Sack ficken, bumsen, Blasen, Alter Ich fick meine Mutter den Arsch, ey Sehr gut da, du Da habe ich das Team wieder gezogen Was ist das für ein Team? Weißt du, Peter schießt Dallu wieder blauen ab, Dallu schießt Dallu wieder von Ziel ab, Dallu schießt Dallu wieder ab, Dallu wieder ab, Dallu habe ich mir ab, du warst so versehen Ihr musstet nur Zweiter und Dritter werden Ja, nur Zweiter und Dritter Ja, aber du bist ja auch nicht Erster geworden Ach ja, scheiße, stimmt Ich hätte nicht Erster und Dritter werden müssen Dann wäre das alles besser ausgegangen Nein Vielleicht träumst du da heute noch davon Wir dachten wie immer vielmals fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Und von deiner Mutter Haut rein Ciao